ASF Recruiting Zentrale, mein Name ist Susanne Rosenberg-Wiesenkind, guten Tag. Ja, ja gerne. Oh, senden Sie mir doch Ihre aussagekräftigen Bewerbungen. Ja, gerne. Samstag 15 Uhr. Perfekt, vielen Dank. Ja, danke schön. Wiederhören. Herzlich willkommen. Mein Name ist Susanne Rosenberg-Wiesenknecht und ich bin Headhunter bei der ASF, der Anti-Schlaweck-Force. Wir befinden uns hier in der Zentrale der ASF. Immer wieder verschwinden Menschen. Die Angehörigen trauern, die Freunde auch. Möchten Sie uns unterstützen? Helfen Sie uns bei unserer Arbeit. Unterstützen Sie unser innovatives Team. Werden Sie Rekrut bei der ASF. Schlachthaus Schlabeck. Diesen Sommer in Neuwied in der neuen Kulturkuppel. Infos unter allesnurtheater.de Hussein be kontiniert? Nichts reineinander.